Hallo und willkommen in der Los Pollos Hermanos Familie. Mein Name ist Gustavo, aber du kannst mich Sus. Und nicht nur Licht, sondern auch Wärme wird frei. Oh, wir stellen die Schule vorne. Okay. Wofür sind diese Dinger da oben? Das sind Versorgungsleitungen, die kann man runterfahren. Hier liegt alles an, zum Beispiel Strom und Gas. Hier nochmal dafür einen Sensor, dass der Ober hier wirklich mit der schwarzen Linie folgt. Ein Aproino Farbsensor. Und für Biologie haben wir auch richtig gute Bedingungen. Übrigens sind Experimente von jedem geliebt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mein neuer Freund. Moin, ich bin Richie. Ich hab ihn in der Schule kennengelernt. So was kommt mir nicht ins Haus. Constanze. Was machen die denn hier? Ist ja mega interessant. Ja, die machen so Theater. Bist du sicher? Ja, oder? Oder irgendwie für eine nächste Aufführung? Ich weiß es nicht. Warum sitzt du hier? Weil hier ein Ort zum Entspannen und Konzentrieren ist. Mir fällt noch ein Ort zum Besinn ein. Komm, ich zeig's dir. Was ist das Besondere an diesem Ort? Also ich finde das Besondere an diesem Ort ist, dass es hier viele super tolle Bücher gibt. Warum dieses Lied? Wir sind international. Wir sind Europaschule. Hey Champ, that's really interesting. Next time, keep it to yourself. Musik, wie wir das Pavel haben.